was glaubt ihr und willkommen zu weiteren folgesquere ich bin heute mal das youtuber battle hier mit dem mazl und zwar gibt es halt zwei teamrunden jetzt die letzte teamrunde hier wenn die besser wird als die vorherige die ich auch gewonnen habe dann nehme ich die hier weil mazl ist zwischen ihnen leider gestorben als er mir helfen wollte also nochmal rip an mazl und ja kommen also ich bin ja auf einer neuen map die heißt runculus sind halt eben richtig viele youtuber hier seht ihr einfach auf tab und map ist noch nicht public aber ich denke mal die wird dann bald public und wir können sie eben schon mal anzocken und alles was wir hier in den container kurs ist drin der ist eine kiste ich habe ein steinschwert ich habe einen kompass noch hier irgendwo dazwischen gibt es noch kisten ja da vorne sich gucken wir mal ich habe von einer xp wurde ein level bekommen normal ich weiß nicht hinter uns sind die zurex und richtig viele besser abbauen dass abhauen wo bist du schon alle waffen ich bin ein bisschen ich sehe dich ja wie zurex hatten eisenharn wir werden verfolgt noch vielleicht und rennt hoch du kannst du kannst okay pass auf hat eine waffe für dich ich lecke ich lass mal rechts sagen ich würde die waffe eigentlich gern droppen aber jetzt lieber nicht müssen irgendwo eine menge rennen oder so oder die abschütteln okay ich glaube sie dir freaks ist allein hinter uns jetzt ist das weg 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 das noch ein bisschen regen und dann können wir nicht auf die drauf hätten angekommen bist du voll oder ich bin auf achteinhalb freaks gerade bisschen alleine vorne aber ja jenes da weg oder stoppen wir könnten also ich heute noch das erstmal gucken was gibt verfolgen uns noch ich glaube abbauen doch kommt man vielleicht weiter wochen hier ja dann du dich hast du einfach hast du ja dann in einem du einfach schweiß ich nehme die lederschuhe weil die relation gestorben bist ja aber ich werde eh wieder sterben weil ich rumlenke das passt schon gibt es einfach wieder op jetzt wie auf half spielst du auf 70k was jetzt eigentlich ja und hier habe ich natürlich mehr so auf slash 253 k patrick ist voll iron okay das erst mal weg ist hier drin was das ist eine kiste aber ich weiß nicht ob die kommen ich habe alle sachen also die kiste direkt nicht benutzt wurde ja hier schon noch mal wieder sind noch irgendwer sieht nicht danach aus da ist ja mal drunter schon haupt die waren auf dem baum ja der kommt hoch hier ist ein charme table das benni wollen wir auf benni schön klasse weg ausrüsten so essen ja hier ja so viel hat jetzt auch nicht wir müssen können müssen welche millionen haupt nach oben und er noch holen jahre ja ja man der schickt uns runter aber ich mache immer die körper ich bin einfach tot ich habe ich habe gestanden was auch kriegst du ja also muss man voll damit stellen okay so was brauchst du hier in hell und der hose hast du schon hast du dir oder ein eisen schade dann lass mal gehen davon ist killer hätte eine angelegt oder ist alleine ich der kämpfer gegen ihr wald von die zurex das der abschlauung der ist gleich wahrscheinlich worden noch nicht bekommen noch ein ich habe einen angel für dich hier also verkommen okay lass weg lass weg was weg hast jetzt an die oder gold oder also hast du ein steinschern ja habe ich da brauchst jetzt noch essen dann lass mal dahin oder so ich habe drei level können auch entschalten gehen ich glaube man kriegt ihr pro xp bottle irgendwie ein level oder so oder eine ball und ein level das wird auch erklären warum alle so viel entschalten konnten wenn es den ambos gibt die man nicht dann so schab zwei das wäre ich da habe ich hab zwei die erste und hat er war da oben im baum drin das wusste ich auch nicht habe mich schon gewundert wo ist denn er überhaupt weil er ist ja oft oft kommen in der mitte da ich habe es von und haben auch kann der einzig entschalten war ja wenn ich glaube ich bin mir nicht sicher so das war wieder runter kompass oder ich entferne ich mal so in die richtung davon da da müssen wir morgen mit einem 308 da fliegen 308 alter no leg wo du sie einfach rüber geboostet oder problem dann hier bei ihnen hat nicht viel gezogen der place tnt die trend sich das auf muri der hat noch eisen gekippt aber ich krieg halt keiner weg so wird aber auch los sein so nice habe ihn Ari kommt ich bin auf dem färzen reg erst noch nicht so wo pass auf das clean up sorry ähm hat mir noch irgendwas hellenschuh oder so mein bogen liegt da drin hat den bogen ja das ist ein bisschen war das zu dem bogen oder hab ich nicht ich habe den ach ja ich habe auch noch einen ja so ich kann noch eine eisenstelle machen ist ein schaden aber ich glaube das schaue ich jetzt sowieso nicht mehr aber ist das mit ja so ok ich würde nur noch patrick lebt also tobi ist anscheinnt tot so ok ich kann auch sagen dass ihr beide runden seht weil ich fand die beide eigentlich ganz gut so dass patrick ok nice one ähm hast du sharp one schmerz oder auch normales steinsschut noch ich habe normales steinsschut ok dann lass normales steinsschut nehmen hast du noch einen normalen brustpanzer ja ja so und dann da ja sind eisenschuhe ok ok stonerot ja ja jo gut dann go ich werde das einfach flaus kassieren ne ich glaube ich werde kassieren ne ich glaube ich werde kassieren ich meine du lächst da trotzdem aber du kriegst immer gute Hits Marcel schau was sage ich ich habe das fns noch hier ich habe das fns noch hier ich habe das fns noch hier ja na gut jetzt habe ich wieder auf 65 ja ich habe mit 1.8 gar nicht klar ich auch nicht so also ich finde 1.8 immer noch also bessere version ok ok ich würde sagen falls euch die folge gefallen hat oder ja einfach so dieses kleine youtuber battle würde ich mich über eine positive bewertung freuen schaut euch im fall bei Masel vorbei ist unten in der Videobeschreibung dann würde ich sagen bis zum nächsten video Leute haut rein ciao ciao ciao